I have to find Christina, ein weiblicher Name, allerdings ist es tatsächlich ein Junge, das überrascht mich gerade sehr auch. Und wir haben jetzt hier drei Bars, in die wir gehen können, oder beziehungsweise gehen müssen, um dort nach ihm zu schauen. Aber erst mal, warte, was war das gerade, B? Das ist gerade B, das könnte ja hart, das ist sogar schon, das ist sogar schon schwierige Schwierigkeitsgarten. Dann können wir das schaffen, wenn ich, ist dir auch egal, ich will es noch probieren. Weil du halt B ist meine Name. Du, du Sau! Jetzt hat die sich auch noch geheilt! Guck mal, wieviel Leben die hat! Und dann heilt sie sich?! Boah! Jawoll! Obwohl, ich glaube, das ist sogar scheißegal mit den Leben! Ja, das ist scheißegal! Da gibt es ja ein Zeitlimit sogar! Stimmt, habe ich voll vergessen! Das ist dann scheißegal sogar! Okay, man kann sogar skippen! Guck mir in die erste Bar! Tschüss! 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 Do you like alcohol? Klar! Wie viele Jahre ist eigentlich Alkohol in Japan legal? Hast du einen Flashy Ten Man gesehen? Ah, er war hier! Sehr gut! Okay! Echt? Ja, wie du siehst, ist er gerade nicht hier! Ah, er dreht wahrscheinlich woanders! Vielen Dank! Auf Wiedersehen! Das heißt, er ist wahrscheinlich einer anderen Bar! Anderen von den zwei, oder? Yes! Okay! Warte mal! Abilities! Choose! Tschüss! Her! ...Geist! Eigentlich haben wir echt keine Zeit dafür. Das sieht irgendwie aus wie Aoi aus Danganronpa. Nein, das macht mich nervös. Das hat mich so nervös gemacht. Aber ich habe wieder vergessen zu switchen. Ich glaube, das ist ein Zeichen vom Spiel. So von wegen, hör jetzt auf zu tanzen und mach die Hauptquest. Okay. Nein, ich bin 18. Ich bin eine Weile. Achso, auch nicht hier. Aber ich glaube, ich habe mal kurz einen Schlüssel hier. Vielleicht spaziert er ja. Hi, Haruka. Oh, Akari. Was ein Zufall. Ja, was ist los? Oh, nichts. Was tust du gerade? Shoppen? Ich suche nach einem Mann namens Christina. Er hat anscheinend einen internen Skin und trägt sehr viele leuchtende Klamotten. Hast du jemanden gesehen? Niemals. Ich glaube es nicht. Was ist denn los? Du verhältst dich komisch. Christina, nicht wahr? Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn gerade eben gesehen. Ernsthaft? Klar. Er war gerade am Suddenburgi Footpath. Er ist gleich immer noch da. Komm mit. Warum hat die gerade so... Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Was ist das, Akari? Ich bin jetzt ein Freund von mir und ich bin ein Freund von mir. Ich bin ein Freund von einem Profil mit einem Adel. Ich denke, ich kann mich etwas interessieren. Ein bisschen, Akari. Haruka, bitte. Ich bin ein Freund, was ich. Ich habe keine Ahluka, wie ich. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, wenn ich diese Chance habe, dann... Das ist gut. Ich weiß nicht, dass ich das ganze Zeit nicht verstehe, aber ich werde mir das ganze Dance sehen. Was ist das wirklich? Ja. Bitte, bitte. Ich habe mir gerade etwas für Christina, die ich hier in der Arbeit möchte. Ich möchte das Ganze jetzt an. Ich möchte mich auch daran achten, dass ich mich interessiert. Ich fahre, dass ich mich mit mir zusammenkennen möchte. Wenn ich mich mit mir spreche, dann würde ich mich interessieren. Das ist besser. Wie ist das? Willkommen zurück? Nein. Ich werde das. Ich bin mit Akari. Warum habe ich kein Leben? Du bist so eine blöde Kuh, ich hatte kaum Leben, ich habe kaum Leben gehabt Und dann decreased sie auch noch mein Leben Willst du mich verarschen, Mädel? Was soll das denn? Was ist das? Kann ich nochmal retryen? Aber man muss nicht mal gewinnen Ja, da bin ich ja froh, ich habe gar keine Leben Und dann decreased sie mein Leben Das macht echt keine Sonne Ja, außerdem war das total unfair Ich habe nicht mal einen Fehler gemacht Aber sie hat mich einfach gebumst Ich habe alles gut gemacht Ich bin jetzt mal schön Ich habe ja die Teilnahme Was ist das? Das ist doch kein Technik Ich habe keine Technik Ich habe meine eigene Ich habe meine 3-Bereine Ich habe meine 3-Bereine und ich habe meine 3-Bereine Ich habe zu verhalten Das ist das Ich habe meine 3-Bereine Ich habe die 3-Bereine Ich habe mich nicht mehr und ich habe die 3-Bereine Aber wenn man immer wieder auf die Ausdüren kommt, dann kann man sich das auch immer wieder sagen. Das ist, dass sie ein Gericht zu spielen. Ein Gericht zu spielen? Das ist ein Gericht zu machen. Man muss sich das Schnellbeweg überraschern und sich erinnern. Aber das ist wirklich ein Gericht zu machen. Das ist das Gerät. Als ich meine Rundfunkselle rollen kann, muss ich selbst stellen. Ich bin ein bisschen überzeugt, dass ich mich immer darauf beantre. Ich bin ein bisschen davon? Ich bin ein bisschen so, aber ich bin ein bisschen dabei. Das ist das Gerät. Ich bin ein bisschen versuchtsam. Ich bin ein bisschen davon. Ich bin ein bisschen dabei. Soll es dich, Aka-Li? Was ist das? Was ist das für mich? Aka-Li? Ich weiß nicht mehr! Ich weiß nicht mehr! Aka-Li! Hör nicht, Haruka. Ich habe keine Angst. Es ist schwierig, aber es ist für sie. Aber ich glaube, Aka-Li ist nicht falsch. Aka-Li ist ein sehr wichtiges Freund. Ich habe ein sehr wichtiges Freund zu mir. Ja. Dann können Sie sich das jetzt mal erzählen. Ein Freund ist das so, dass sie sich mit uns zu unterstützen. Was? Ja, das ist so. Das war's für heute. Wir müssen uns über die Wahrheit zu erzählen. Ich habe mir gesagt, dass ich etwas zu tun habe. Ja. Ich möchte meine Dance-Lesson für Christina. Ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich bin der Chef von Dynaturen, der Chef von Kristina. Entschuldigung. Das ist nicht der Chef, sondern der Chef. Ich weiß nicht, was ich. Aber ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Kristina. Ich weiß nicht, was du mit dem Chef? Ich hoffe, dass ihr hier seid. Das ist gut. Ich freue mich. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Tage in Tokio gewartet. Ich hoffe, dass ihr sie vor. Was ist das? Was ist das? Sie können sich das Ganze aus dem Chefs-Tank machen? Was ist das? Es ist überhaupt nicht möglich. Ich glaube, dass ich nur das Kassel für mich nicht nur für mich. Danke, Herr. Was ist das? Das war's für mich. Vielen Dank. Ich bin ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ich kann mich für einen Lehrer sein. Du hast es gut gemacht. Nein... Aber ich habe noch nicht gewonnen. Hä? Haruka, wenn du dich verletzt hast, dann kommst du an. Du kannst du auch mit dem Holier. Ah, ja. Ich habe es gesehen. Ich bin fast tot. Das ist voll gemein. Wieso bin ich fast tot? Weil ich das eine Ding verkackt habe. Das ist voll fies. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein bisschen schönes. Ich würde mich nicht mehr als einfach anzuhalten, sondern würde mich jetzt nicht so schön sein. Ich würde mich nicht so schön sein, wenn ich so schön war. Ich würde mich nicht so schön sein, dass ich so schön sein kann. Wenn ich nicht so schön war, dann würde ich schon mal ein bisschen mehr auszunehmen. Du hast dich auch ein bisschen mehr gemacht. Das ist nicht so schön. Nichts ändern. Ich bin froh. Ein Fisch ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin sehr froh. Das ist alles, was ich. Haruka? Ich werde dir jetzt einen schönen Verlangen. Ich werde dir einen schönen Verlangen. Ist das wirklich? Ich werde mich immer noch sagen. Ich habe das schon gesagt. Ich habe das schon gesagt. Okay, ich habe es geschafft. Gehen Sie gut. Ja. Achso, danke. Dann gehen wir auf den Telefonnummer. Wir haben einen Tag für einen Tag zu holen. Ich bin auf dem Tag. Ich bin auf dem Tag. Wenn du bereit bist, kannst du bereit sein. Ja, ich habe es geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020